es war einmal ein zauberer ganz allein eine bilderbuch lesung mit andrea hammer ich wünsche euch viel spaß und heute ganz besonders dir lieber lorin es lebte einmal ein zauberer ganz allein in diesem turm ihm war so langweilig dass ihm nicht einmal mehr sein bier schmeckte er hatte schon jedes zauberbuch gelesen und jeden zauberspruch 100 mal ausprobiert den kannte er auch schon so bereiste er die ganze welt vom amazon aus bis zum nordpol und selbst auf dem mond war er und auch dort langweilte er sich so langweilig also hatte er eine idee er schuf sich einen doppelgänger jetzt gab es zwei zauberer doch der doppelgänger der brachte nur ärger du schummelst du auch da ließ er ihn wieder verschwinden als er eines tages aus dem fenster blickte traute er seinen augen nicht ein fremder turm verstellte ihm den ausblick wo kam der denn her sie mochten sich nicht von anfang an zuerst bewarfen sie sich nur mit faulem obst aber dann aber dann hetzten sie ihre türme aufeinander der kampf dauerte eine ganze stunde bis alles in sich zusammenbrach krach nachdem sich der staub gelegt hatte sahen sie sich verdutzt an und machten eine verblüffende entdeckung wir haben ja beide alle beide eine glatze darüber mussten die beiden ganz viel lachen so kam es dass sie an derselben stelle einen neuen turm bauten auch die fliedermaus und der drache halfen fleißig mit von langeweile war keine rede mehr und wenn sie sich manchmal stritten dann war das auch gar nicht mehr so schlimm sie lebt zusammen und spielten sogar zusammen die beiden zauberer die sich gefunden hatten danke an helmut kollas als autor und illustrator danke an annette betz im karl überreuter verlag danke an g&g verlag www.ggverlag.at ich hoffe die geschichte hat euch gefallen und wir hören uns schon bald wieder wenn du magst drücke auf abonnieren dann weißt du gleich wenn die nächste geschichte wieder zu hören ist eure andrea